Das kein Gott gibt es außer Allah und Mohammed sein Diener und Gesandter ist. Das kein Gott gibt es außer Allah und ich glaube, dass Mohammed sei Allah und Gesandter ist. Das kein Gott gibt es außer Allah und Gesandter. Das kein Gott gibt es außer Allah und Gesandter. Das kein Gott gibt es außer Allah und Gesandter. Vielen Dank. Vielen Dank.